Eine erneute Nasenkorrektur ohne OP bei einem Model, den wir hier schon seit längerem behandeln. Man sieht hier das Ergebnis der Nasenkorrektur gleich nach der Behandlung. Die Nasenspitze wird kurz angehoben, der Nasenrücken begradigt und man sieht, wie fein das Ergebnis am Ende wird. Wenn man sich das vorstellt, wie die Nasenspitze vorher war und der Nasenrücken hat einen ganz feinen Höcker gehabt. Und ich denke, so ein schönes und natürliches Ergebnis kann man schnell erreichen, wenn der Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie das Handwerk beherrscht und die Nasenkorrektur ohne OP in dieser Feinheit auch durchführen kann. Kann man sich sicher sein, dass das Ergebnis dann auch am Ende perfekt erscheint, sodass die Patientin auch mit ihrem Beruf auch ihrer Tätigkeit nachgehen kann.